Musik Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Stadthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlecht Davids war. Auf das er sich schätzen ließe, mit Maria, seinen vertrauten Weiden. Die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Schönen, Schönen, vom Lagen auf mein Herz geben sie. Und jetzt, bis jetzt, bis jetzt, selben Sie, bis jetzt die Fakke da. Damit, dass ich erlöse, mir gut und witzig sei. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herber. Und sie gab ihn in Windeln und legte ihn in Windeln und legte ihn in Windeln und legte ihn in Windeln. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Hirten. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie mir, und sie fürchteten sich sehr. Brich an, um schönes Morgenlicht, und lass die Liebe teilen. Du wirst im Volk erschrecken, wenn ich bei dir die Hände sei. Lass diese Stadt verklemmen, soll unser Trost und Freude sein, Dazu den Satans singen, und wenn sie Frieden bringen. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland gebogen, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe. Das Kind in Windeln gewickelt, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe. Und das Kind in Windeln gewickelt, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe. Und das Kind in Windeln gewickelt, das Kind in Windeln gewickelt, das Kind in Windeln gewickelt, und in einer Krippe. Und da die Engel von mir und den Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun gehen, gehen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Dies brachte alle, was uns bekam, sein Grusel zu seiner Mann, gestreut sich allen Christen weit, und da in der Zünglichkeit Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe. Ich stehe, Gott, deine Krippe, mir, und wirst du rein, mein Leben. Ich komme und schenke dir, was du mir hast vergeben. Ich stehe, Gott, deine Krippe, mir, und wirst du rein, mein Leben. Amen. Da sie es aber gesehen hatten, reiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Dein ganzer Friedrich ist erzielt. Die Trümen in ihr kürt, bleib uns auf deinem Wege. Und alle, vor die es kam, wunderten sich. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Ich will dich nicht leistetragen. Ich will dich nicht leistetragen. Ich will dich nicht leistetragen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und loben Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Wie denn zu ihnen gesagt war. Seid froh, die heil, seid froh, die heil, dass euer Heil ist wie dein Gott und auch ein Mensch geboren. Der Weltkirche ist, der Herr und Christ, in David schaut vor, die heil, aus der Gauhe. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020